Above Us All Above Us All In einem ziemlich langsamen Tempo bewegt Trotz all dem gelingt es der Regisseurin Eugenie Jansen Den Zuschauer in die Handlung mit einzuziehen Was gut ankam war, dass die Charaktere Obwohl sie im Bild waren Nur im Hintergrund ihre Gefühlswelten ausgedrückt haben Also im Prinzip einfach nur laut gedacht haben Nun zur Sprache Die Wechsel waren sehr durcheinander In der einen Szene wird noch flämmisch gesprochen Und schon in der nächsten wieder Englisch Es war ein Durcheinander Genauso wie bei der Hauptdarstellerin Shay und ihren Gefühlswelten Die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen mager Für mich persönlich ist die Musik sehr wichtig Da sie Gefühle ausdrückt Die Nacht